Kryptowährungen, ein Wort, was mittlerweile dem einen oder anderen ein Begriff ist. Und viele Leute fragen mich immer, hey Tim, sag mir doch mal, was sind die besten Kryptowährungen? Welche Kryptowährungen soll ich denn jetzt überhaupt kaufen? Und genau deswegen mache ich heute dieses Video, denn in diesem Video erfahrt ihr immer meine Top 3 Kryptowährungen für den Mai, welche ich im Mai kaufe und wo ich zukünftig großes Potenzial sehe. Wichtig dabei jedoch zu sagen, dass das Kryptowährungen sind, die natürlich ein langfristiges Investment sind und nicht jetzt ein kurzfristiger Pump, irgendein Shitcoin, sondern das sind solide Investments, wo ich persönlich denke, dass diese langfristig Profite bringen können. Bevor das Video jetzt aber startet, nochmal der Hinweis. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kannst du sieben Tage lang die Trading Tim VIP Gruppe testen. Das Ganze ist eine Gruppe, wo ich jeden meiner Trades teile, sowie jeden meiner Investments, also auch frühzeitige Zugänge zu gewissen Investments, die ich, sag ich mal, früher bekomme, ich kriege frühere Zutritte zu gewissen Projekten, zusätzlich natürlich auch mein gesamtes Portfolio, exklusive Calls und noch vieles mehr. Wenn du das Ganze also abchecken willst, wir haben jetzt bereits in der ersten Woche, seitdem es diese Gruppe gibt, über 10% Profit gemacht, ohne Hebel. Dementsprechend checkt das Ganze gerne einmal ab, sieben Tage kostenlos mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich aber sagen, verlieren wir gar nicht zu viel Zeit. Wenn dir das Ganze gefällt, dann lass gerne ein Like und Abo da und dann würde ich sagen, let's go! Fangen wir direkt mit meiner Kryptowährung Nummer 1 an und zwar ist das Bitcoin. Jeder, der sich mit der Kryptothematik schon mal beschäftigt hat, hat wahrscheinlich den Bitcoin schon mal gehört. Der Bitcoin ist sozusagen der Urvater aller Kryptowährungen. Das Ganze gibt es seit 2009 und ist natürlich in den letzten Jahren vor allem extrem in den Hype gekommen. Und jetzt möchte ich euch einmal erzählen, warum ich denn im Mai Bitcoin kaufe. Und zwar ist der Bitcoin in den letzten 2-3 Wochen extrem nach unten korrigiert. Insgesamt die letzte Abwärtsbewegung war ca. 12% Kursverlust. Und in solchen Momenten kaufe ich mich immer persönlich ein, um den Dollar Cost Average, heißt den durchschnittlichen Einkaufspreis von Bitcoin, nach unten zu stufen. Das heißt, ich persönlich nutze solche Phasen immer, um meine größeren Investments im Durchschnittspreis nach unten zu stufen, sodass ich sozusagen einen niedrigeren Einkaufspreis habe. Denn ich persönlich denke, dass der Bitcoin die Kryptowährung ist, welche auf jeden Fall, egal welche Regulierungen eintreten werden, Bestand bleiben wird. Es wird weiterhin eine der wichtigsten Kryptowährungen in der gesamten Kryptospace. Deswegen bin ich der Meinung, sollte man immer einen Teil Bitcoin in seinem Portfolio haben. Und vor allem, sage ich mal, rote Tage, also Tage, wo der Kurs Verluste, sage ich mal, generiert. Das sind die Tage, wo ich persönlich mich immer ganz gerne einkaufe. Also, dementsprechend denkt smart Leute und in solchen Phasen macht es in meinen Augen Sinn, den Bitcoin im Mai zu kaufen. Weiter geht es direkt mit meinem Coin Nummer 2. Und das Ganze hier ist ein in meinen Augen sehr, sehr interessantes Investment, beziehungsweise ein sehr, sehr interessanter Coin, wo ich mich derzeit auf jeden Fall groß einkaufe. Bei diesem Coin handelt es sich um den sogenannten ApeCoin. ApeCoin, beziehungsweise auf Deutsch der AffenCoin, ja, ist eine Kryptowährung, die hinter dem sogenannten YugaLabs Studio steckt. Ja, das ist ein Entwicklerstudio, was vor allem im Metaverse und im NFT-Bereich extrem groß ist. Dabei gibt es zum Beispiel diese Affen-NFTs, die seht ihr jetzt hier einmal eingeblendet, diese BoardAid Yacht Club, sage ich mal, die teilweise für über 50 Ethereum das Stück weggehen, wie aber zum Beispiel auch die CryptoPunks, eine der wohl mit teuersten NFTs, die es da draußen überhaupt gibt. Das sind so die beiden größten NFTs, die wir eigentlich kennen und diese sind beide unter diesen YugaLabs Studios. Und diese YugaLabs Studios haben jetzt auch ihre eigene Kryptowährung im April letzten Jahres rausgebracht und diese Kryptowährung heißt ApeCoin. Aber warum denke ich jetzt überhaupt, dass dieser Coin so viel Potenzial hat? Und das möchte ich euch aufgrund zwei extrem wichtiger Punkte erklären. Punkt 1 ist das Metaverse. Ich persönlich denke, dass das Metaverse ein extrem großes Potenzial für die Zukunft bietet und YugaLabs bzw. die Entwicklerstudios von diesem ApeCoin sind gerade dabei, ein eigenes Metaverse auf den Markt zu bringen. Das Ganze heißt Other Side Metaverse und die Community, die dahinter steckt, ist einfach gigantisch. Alle Leute sind gehypt, alle freuen sich auf dieses Projekt und der ApeCoin wird die Hauptzahlungswährung in diesem Metaverse werden. Und Leute, um ehrlich zu sein, ich habe es schon mehrmals in Videos gesagt, das Metaverse wird in den nächsten 10 Jahren das Ding sein, neben AI in meinen Augen. Wir reden da von Gesamtmarktkapitalisierungsvermehrungen von X100. Von daher denke ich, dass der ApeCoin da extrem viel Potenzial hat. Punkt Nummer 2 ist, dass der ApeCoin noch gar keinen Bullrun erlebt hat. Die meisten Metaverse-Projekte sind Projekte, welche vor 2021 an den Markt gekommen sind und damit 2021, da seht ihr jetzt hier auch mal diese extrem steigende Kurve im Metaverse-Bereich gesehen haben. Beim ApeCoin ist das jedoch anders, denn dieser ist auf den Markt gekommen, als wir im extremen Bärenmarkt waren. Dementsprechend denke ich, dass sobald der nächste Bullenzyklus ausbricht, der ApeCoin extreme Profite generieren kann und hier nochmal ein extremer, extremer Kursanstieg, ja sag ich mal vonstatten geht. Dementsprechend mein Coin Nummer 2, ApeCoin. Kommen wir jetzt auch schon direkt zu Krypto Nummer 3. Ja und dieser Coin ist wahrscheinlich auch den meisten von euch ein Begriff und zwar handelt es sich dabei um Ethereum. Ethereum ist neben Bitcoin die wohl mit Abstand bekannteste Kryptowährung, die es da draußen auf dem gesamten Markt gibt. Jedoch in meinen Augen ist das eine Kryptowährung, die deutlich mehr Potenzial hat langfristig als Bitcoin. Ich persönlich denke, dass Ethereum langfristig Bitcoin in der Market Cap, also in der Marktkapitalisierung überholen wird und wir dort langfristig auch extrem hohe Kurse, sag ich mal, ja sehen werden und genau deswegen nutze ich solche Phasen wie jetzt gerade, wo auch Ethereum, wie ihr seht, einmal nach unten korrigiert ist, um diese nachzukaufen, um auch dort den Durchschnittspreis nach unten zu lenken. Denn Ethereum ist in meinen Augen die Kryptowährung, welche langfristig mit das meiste Potenzial hat. Es ist natürlich schon eine sehr große Kryptowährung, das heißt jedoch nichts, denn die Technologie dahinter, diese ist in meinen Augen sehr vielversprechender als zum Beispiel die von Bitcoin. Von daher Ethereum, mein Krypto Nummer 3, welchen ich im Mai neu einkaufe bzw. mehr dazu kaufe. Dementsprechend sind das meine drei Kryptowährungen, die ich euch diesen Monat mitbringe. Ich werde das Ganze jetzt übrigens jeden Monat machen, dass ihr sozusagen mein Portfolio ein bisschen mit, sag ich mal, tracken könnt. An alles in allem würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst dem Ganzen gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonstige Sachen. Wie gesagt, mit dem ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr jetzt die Trading Team VIP Gruppe 7 Tage kostenlos testen. Von daher checkt das Ganze an der Stelle auf jeden Fall ab und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!